Es ist ein neuer erster Mittwoch in einem neuen Monat und es ist ein neuer Podcast verkehrt, verhört der RNV GmbH. Mein Name ist Jens Schneider und ich heiße Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie es zur zweiten Folge geschafft haben. In der ersten Folge haben wir schon unseren Geschäftsführer Martin Inderbeek zur Corona-Situation in und um die RNV gehört. Und jetzt möchten wir mit Menschen sprechen, die bei uns ganz vorne arbeiten, nämlich im Fahrdienst. Ich begrüße dazu Diren Duman, Bahnfahrerin bei der RNV. Diren, schön, dass du da bist. Danke, freut mich auch. Und ich begrüße ein Urgestein in unserem Betriebswesen, Bahn- und Busfahrer. Leidenschaftlich aber, glaube ich, mehr Bus, Ronald, oder? Ach, da könnte ich jetzt an, was ich gar nicht so sage. Echt? Ja, ne, ich bin quasi, will nicht sagen, allrauntal, da haue ich mich wieder. Aber ich fahre beides gern. Gut, aber heute machst du so ein bisschen die Rolle des Busfahrers, weil Diren eben Bahn fährt. Von daher haben wir so eine schöne Aufteilung heute drin. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt bei uns, Ronald? Seit 40. Seit 40 Jahren mittlerweile. Auch Gesicht unserer Marketingkampagne auch. Also dich sieht man auch ganz oft auf unseren Plakaten. Wirst wahrscheinlich auch oft angesprochen drauf. Ja, ab und zu einmal. Also so oft ist es. Es hält sich noch in Grenzen. Okay. Und Diren, du bist noch relativ neu bei uns. Ich glaube, ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt, ne? Es werden jetzt genau ein Jahr. Und fühlst du dich wohl? Geht's dir gut? Auf jeden Fall. Sehr schön. Ich fühle mich sehr wohl. Das freut uns natürlich. Wie seid ihr eigentlich zur RNV gekommen? Also wir fangen mal mit Diren an. Bei dir ist noch ein bisschen länger her. Ronny, du hast ein bisschen Zeit zu überlegen, wie das damals war. Ich bin durch Verwandte aufmerksam geworden, weil Verwandte von mir auch bei der RNV tätig sind und einige genauso Bahn fahren jetzt wie ich. Okay, also da war die Verwandtschaft im Spiel. Das ist übrigens ganz oft ein Phänomen bei uns, habe ich gemerkt. Es gibt ja, glaube ich, Ronny, ganz viele auch Familien und man könnte fast sagen Dynastien, die bei uns arbeiten. Ja, richtig. Wie war es bei dir damals? Es gibt nur einen Lauinger bei der Straßenbahn, das bin ich. Ich muss dazu sagen, ich bin schon als kleines Kind damals am OIG Bahnhof. Man hat immer gesagt, das ist der Heidelberger OIG Bahnhof an der Kurpfalzbrück. Und Mila hat dazu gesagt, dass ich früher in der Quadrate gewohnt habe und das war mein Spielplatz. Und dann war das immer interessant, wenn dann die Züge rangiert haben und die Schaffner da mit der Pfeife abgepiffen hat. Also das war immer schön, das hat mir schon immer gefallen. Das Ähnliche, das hat ja damals noch kein Pfiff, das hat es ja damals noch nicht gegeben. Schon schwer ist vermutlich der erste Pfiff gewesen, wo der mich meldet. Ganz kurz zwischenrein für alle Zuhörer, Pfiff ist Fachkraft im Fahrbetrieb. Das ist das, was wir vorhin so ein bisschen angesprochen haben, dieses Allrounder, wo man mit der Ausbildung gleich alles miteinander mitnimmt. Ja, ich habe dann vorher was anderes gemacht, das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Also die Lehrzeit habe ich, habe einen Gesellbrief. Als was? Als Maler und Lackierer. Das war aber nicht meine Welt. Ich wollte ursprünglich Dekorateur lernen, das hätte mir viel besser gefallen, mit Schriften malen und so weiter. Das hätte mir wesentlich mehr gelegen, aber da war keine Lehrstelle frei. Und dann habe ich das andere gemacht, was ich gleich sofort gemerkt habe, dass man das halt gar nicht liegt. Und ja, die Lehrzeit war rum und ich bin dann kurzzeitig zur Post, weil ich habe ja mit 21 erst bei der Strassebahn anfangen können, war noch keine 21. Dann habe ich gedacht, bei der Post, da wird es bestimmt gemütlich, Staatsdienst, aber das war halt gar nicht so, da war hektisch wie alles andere. Und dann bin ich zur Bundeswehr, dann war es da, wenn ich uns ein bisschen gemütlich, zwei Jahre. Aber das ist so meine Welt gewesen, das war in Ordnung. Die war im Juli 80 fertig und im September 80 habe ich mir das Strassebahn angefangen. Wir möchten in dieser Folge über etwas Besonderes sprechen, was jetzt im Dezember ansteht, nämlich eine ganze Reihe von Feiertagen, Weihnachten und Silvester. Alle, die jetzt zuhören, wissen wahrscheinlich auch schon, wir sind ja ein Betrieb, der quasi rund um die Uhr tätig ist. Unsere Bahnen und Busse fahren eigentlich immer irgendwo und natürlich auch an Feiertagen. Da gibt es für uns keinen Halt und wir wollen von euch mal wissen, wie habt ihr jetzt denn schon so Erfahrungen gemacht mit Arbeiten an Feiertagen? Dirin, du hast bis jetzt ein Weihnachten erlebt bei uns, also wir können mal ein bisschen darüber sprechen, aber auch gerne über Feiertage dann im Allgemeinen. Wie ist das denn bei euch so? Wird Weihnachten eigentlich gefeiert, Dirin, bei euch? Bei uns wird Weihnachten eigentlich nicht gefeiert, daher finde ich es wichtig, gerade für die Kollegen, die Weihnachten feiern, da zu sein und ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie mit der Familie zusammen feiern können. Ist denn generell irgendwie an den Feiertagen dann ein bisschen was los, weil ich meine natürlich, wir sind ja ein christlich geprägtes Land, das heißt man merkt es schon, die Geschäfte sind zu und so weiter. Sind das für euch dann Tage wie jede andere auch? Ich finde es eigentlich wie ein ganz normaler Sonntag. Ja, feiern, also wir sitzen traditionsgemäss, die letzten 20 Jahre sitzen wir am zweiten Weihnachtsfeiertag, sofern ich natürlich kann, dienstlich, hat mein Bruder, das ist derjenige, der ein bisschen mehr Platz hat, sitzen wir mit der Familie zusammen zum Kaffee trinken. Ja, das ist der zweite Weihnachtsfeiertag, aber sonst ist bei mir so, dass ich das also, ja natürlich wäre es schön, wenn man frei hätte, aber es ist jetzt nicht so, dass die Welt zusammenbricht, wenn ich an Weihnachten oder an anderen Feiertagen arbeiten muss. Wenn jetzt Weihnachten bevorsteht und es gibt ja ganz viele Menschen, auch jüngere Menschen, die bei uns arbeiten, die Familie haben, die natürlich gerne feiern würden. Wie ist das denn, Diren, hast du schon mal im letzten Jahr zum Beispiel jetzt von jemandem eine Frage bekommen, das gibt es ja bei uns, also man spricht über seine Dienste und ob man vielleicht tauschen möchte oder so, auch da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Hast du da irgendjemandem ausgeholfen vielleicht, dass jemand anders zu Hause bleiben konnte dann dafür? An Weihnachten leider noch nicht. Klar, wenn es der Fall sein sollte, würde ich definitiv für den Kollegen oder die Kollegin gerne einspringen. Ich wurde halt eher unter der Woche mal gefragt, ob ich an freiem Tag eine Schicht übernehmen könnte, ist auch gar kein Problem, ja. Und somit hilft man sich dann gegenseitig. Hast du davon auch schon mal profitiert, Ronald, oder hast du das schon mal jemandem ermöglicht? Ich würde sagen, nein, noch nicht. Allerdings, ganz frisch, wir haben da vor 14 Tagen ungefähr drüber gesprochen, ein Kollege, der Moslem ist, ja, der hat im Dezember, ich weiss jetzt den genauen Tag gar nicht, hat der, es muss auch irgendwas Kirschliches sein, oder, da ist glaube ich auch unseren Oberbürgermeister dabei, und der hat da einen Termin und da habe ich ihm aushelfen können. Allerdings ist das jetzt nicht direkt während der Weihnachten, das ist es aber auf jeden Fall im Dezember, und der hat sich auch total gefreut. Also ich denke mal, wenn ich schon mal sowas hätte, würde er auch für mich einspringen. Also ein gutes Miteinander, und das ist ja auch wichtig an so Feiertagen. Ist denn Arbeiten an Weihnachten für euch was Besonderes? Also gibt es zum Beispiel irgendwelche Geschichten, die euch im Kopf geblieben sind, die ihr erlebt habt an Weihnachten? Ist jemand mit dem Kostüm eingestiegen oder hat jemand einen Tannenbaum befördert oder sowas? Ich habe mitbekommen, dass an Weihnachten gerade, weil die Geschäfte ganz früh schließen, dass die RMV den Mitarbeitern kleine Taschen vorbereiten tut. Das habe ich jetzt leider nicht miterleben können, weil die Zeit, die die Fahrschule hatten, auf das freue ich mich halt wirklich sehr. Ich habe das auch schon genossen, eben die Tasche, da ist übrigens auch Schokolade drin, ich bin totaler Schokolade-Fan. Lacht immer ins Herz, wenn ich das dann sehe, wenn es keine Bitter-Schokolade ist. Und ich habe auch eine Erinnerung, da bin ich mit der Linie 40 gefahren, das ist zwischen Einau-Nord, Karlsplatz und Seckenheim. Und das habe ich sogar mehrmals erlebt, also zweimal mindestens, wo eine Familie, die wohnen in der Zeringer Straße, allerdings mir nur bekannt sind vom See und die haben mir schon zweimal Geschenkel hingebracht, auch Süßigkeiten. Fand ich total süß irgendwie. Es ist schön, auch so eine Wertschätzung zu erfahren irgendwo. Ja, muss man sagen, ja. Und wie man sieht, ist das immer noch im Gedächtnis. Und ich habe auch schon ganz oft mitgekriegt, dass ab und zu auch mal irgendwie, natürlich jetzt nicht in der aktuellen Zeit, aber in den letzten Jahren gab es schon mal Plätzchen irgendwie, besonders von älteren Fahrgästen. Ja, das hat es auch schon gegeben. Auch am Paradeplatz waren schon so von einer ältere Frau Plätzchen gelegen und dann hat man auch gerne zugegriffen. Es gibt ja auch eine kleine Änderung jetzt am Standort Mannheim, auch hier mal wieder ein bisschen rnv inside jetzt. Wir hatten ja bis vor kurzem noch unseren Aufenthaltsraum der Fahrer mitten auf dem Paradeplatz und da war ja zur Weihnachtszeit immer der Märchenwald. Und du standst ja quasi dann mit deinem Aufenthaltsraum während deiner Pause zwischen den Schichten mitten im Weihnachtsmarkt-Feeling drin. Genau, ja. Und die Düfte, was natürlich diesbezüglich jetzt wieder bei Leuten gerne essen, ganz tragisch oder verführreich war. Die Düfte, die da rübergekommen sind, oh, 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 oh. Da müssen wir uns ständig Hunger gehabt. Da müssen wir dieses Jahr ohne Lebkuchen und Spekulatius auskommen, seitdem der Paradeplatz umgebaut wurde. Aber man kann ja privat vorsagen, ich meine, das kann kein Problem sein. Es ist ein bisschen ruhiger, Dirne, wenn man an Feiertagen unterwegs ist. Du hast vorhin schon erzählt, es kommt einem so ein bisschen vor wie Sonntag eigentlich die ganze Zeit, wenn man fährt. Genau, mir kommt es halt wirklich vor wie ein Sonntag, gerade weil die Geschäfte ganz früh zu haben. Letztes Jahr waren auf jeden Fall etwas mehr Leute am 24. noch unterwegs gewesen. Allerdings, gerade weil die Geschäfte vorher schließen, ist dann abends wirklich fast niemand mehr auf der Straße. Es ist fast ein bisschen unheimlich, dann durch die Gegend zu fahren. Genau. Aber wir sind trotzdem da, weil also ein, zwei Leute gibt es ja immer noch, die auch an Heiligabend noch unterwegs sein müssen. Merkt man so ein bisschen was von der Stimmung? Grüßt man sich dann freundlicher oder wünscht man besondere Sachen zu Weihnachten? Auf jeden Fall. Also ich finde, da sind die Menschen viel gelassener, ungestresster und sehr freundlich. Ronny tut sich schwer. Ich sage nur ein klares Jein. So und so. Also es gibt da Leute, die an Weihnachten unentspannt sind. Gibt es auch. Also habe ich in den 40 Jahren auch schon erlebt. Aber ich will das jetzt nicht negativ darstellen. Also es gibt Leute, die sehr freundlich sind und andere, die weniger. Wo ich dann schon gedacht habe, also es ist jetzt gerade Weihnachten, bitte. Ist vielleicht dann der Weihnachtsstress nochmal besonders, wenn Sie wissen, was Sie noch alles besorgen müssen. Ja, an dem liegt es vielleicht, ja. Ist das aber auch, muss man auch mal dazu sagen, natürlich eine besondere Aufgabe, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn gerade so vor Weihnachtszeit in den letzten Jahren war und die Fußgängerzonen natürlich voll sind, immer so die Samstage vor Weihnachten, die Adventssamstage eigentlich, dann da so eine Straßenbahn durchzusteuern. Das macht einem schon nochmal ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn es so voll ist vor allen Dingen auch, oder? Ja, man ist auf jeden Fall viel, viel vorsichtiger. Ja, gerade weil die Menschen wirklich nicht darauf achten und durch die Gegend laufen. Ja, haben alles Mögliche im Kopf. Genau. Nur nicht die Straßenbahn, die vielleicht kommen könnte. Das Handy ist ja meistens wichtiger, auch an Weihnachten. Die müssen ja noch vielleicht Grüße verschickt werden. Ja, klar, kann sein. Silvester, hast du Silvester gearbeitet letztes Jahr, Dirin? Nein, an Silvester habe ich letztes Jahr nicht gearbeitet. Okay, Ronald, hast du schon im Januar-Friedienst? Also das ist ja so ähnlich wie Silvester, sage ich jetzt mal. Silvester in der Nacht noch nie? Doch, habe ich schon, aber nicht oft, muss ich sagen. Es war so, dass es immer einigermaßen gepasst hat, dass man vor Null Uhr Feier oben gehabt hat. Ich habe aber auch schon an Silvester nach Null Uhr gearbeitet. Also es ist nicht so, dass ich in 40 Jahren durchgekommen bin ohne. Habe ich auch schon miterlebt auf der Kurpfadzbrücke, wo dann alles dicht war. Und man hat dann quasi Zwangspause. Gegen Pause habe ich nie was, aber Zwangspause gehabt. Und ja, das ist dann auch eher ungewöhnliche Fahrerei dann. Und es dauert. Also ich habe das jetzt zweimal gemacht, mit Absicht aber. Ich habe ja auch Freunde bei uns im Unternehmen. Wir haben uns damals dazu entschlossen, das freiwillig zu machen, damit eben andere Kollegen bei ihren Familien sein können zu dem Zeitpunkt. Und ich fand das vor allen Dingen auch, wie du sagst, es ist einfach mal so alles komplett out of order. Also man fährt einfach so, wie man kann. Ja, ich so, ja. Aber es hat auch irgendwie was Schönes, dann auf der Kurpfadzbrücke zu stehen, mit der Bahn, wenn plötzlich um einen rum lauter Feuerwerk passiert. Passiert sonst so auch nicht, nicht normal. Was ich ganz nice finde, ist halt, dass man sich immer darauf verlassen kann, dass die Bahn und Busse halt auch fahren. Also gerade an Silvester zum Beispiel. Ich weiß noch, ich hatte unglaublich viel dankbares Publikum auch an Bord. Die feiern waren natürlich und die dann auch morgens um drei und vier noch nach Hause gekommen sind, weil wir ja Nacht- und Frühdienste noch angeboten haben zu dem Zeitpunkt. Das war auch immer was, was ich schön fand, einfach zu sehen, auch wenn es jetzt nicht immer ein Danke gab. Zu wissen auch, deshalb mache ich das. Gut, so ist es ja. Ich meine, auch wenn ich jetzt Frieden in Schappen rücke um fünf aus, das sind ja alles übrig gebliebener vom Vorabend. Ja, das stimmt. Und dann ist es ja so, dass das Leute sind, die zum Großteil, also die dann mit Sicherheit dankbar sind, dass sie kein Taxi nehmen müssen und das dann, schätze ich mal, den Zehnfahrerpreis zahlen müssen. Wisst ihr beide denn schon, wie ihr dieses Jahr an Weihnachten feiern werdet? Habt ihr schon in den Dienstplan geguckt? Der kommt ja bei uns immer mit einer gewissen Vorlaufzeit. Ich habe noch gar nicht Neugier geguckt, ob der schon da ist. Also das zum Thema, also ganz so wichtig ist es mir persönlich gar nicht, ob ich da jetzt eventuell, ich weiß bloß, ich weiß bloß eins, ich weiß, dass ich am 1. Januar Frieden scheu getragen habe, weil das ist ja sehr ungern, also es gibt ganz viele Kollegen, die das nicht wünschen und mir macht es nichts aus, ich habe dann einen anderen Tag, wo ich falle. Gehst du schlafen über Silvester dann? Wenn du um vier anfangen musst, musst du schlafen. Ja, auf jeden Fall, ja, ich muss mich schon vorher hinlegen. Du verschläfst die Jahreswende? Ich verschläge, das macht mir nichts aus. Okay. Da bin ich drüber draus, also. Entspannt durch und durch. Entspannt, weil viel anders ist es ja doch nicht, außer der Jahreszahl. Also das sehe ich jetzt ein bisschen entspannt. Gibt es denn irgendwelche Sachen, die ihr euch vielleicht für das nächste Jahr noch wünscht, so? Eigentlich nicht, ich bin wirklich wunschlos glücklich. Gut, Ronat? Was wünsche ich mir? Auch, dass es im Grunde genommen so weitergeht, wie es im Moment ist. Also natürlich nicht das Corona, logischerweise. Das könnt aufhören. Aber so allgemein bin ich im Grunde genommen zufrieden. Ja, dann wünsche ich euch beiden zum Abschluss jetzt eine schöne und ruhige Weihnachtszeit. Vor allen Dingen, dass nicht so viel passiert und dass ihr euch ja auch ein bisschen zurücklehnen könnt, das genießen könnt, auch wenn ihr arbeiten müsst, dass es nicht ganz so stressig wird. Das hat ja die Zeit auch immer so mit sich, dass es ein bisschen ruhiger und besinnlicher wird. Und danke für eure Zeit, alles Gute und bis bald hoffentlich mal wieder. Sehr gern, vielen Dank. Ja, danke, schön ebenso. Und wir dürfen Sie einladen, natürlich mit den gleichen Wünschen. Haben Sie eine schöne Vorweihnachtszeit, genießen Sie die Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr. Und versprochen, auch da sind wir wieder für Sie da. Da allerdings erst am zweiten Mittwoch im Januar, weil der erste ist ein Feiertag. Und dann kommt der Podcast aber auch direkt, sobald das neue Jahr begonnen hat. Mit einer neuen Ausgabe von Verkehrt, Verhört. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Den Knopf finden Sie auf Ihrer Podcast-Plattform bestimmt auch ganz schnell. Dankeschön, gute Fahrt und bis bald. Vielen Dank.